Ja, danke Bolle, der liegt von dir. Oh, ein Schlüssel. Schlüssel hat er es auch noch. Es ist ja riesig. Nicht sterben, nicht sterben, Blazkowitsch. Du träumst es nur, du träumst es. Oh, dich habe ich gar nicht gesehen. Das kann sein. Der Bot hat ein Eigenleben. Okay, mal Taras. Gut. Genau. X-Trilly, willkommen. Geile Gegner. Das war ja früher demnach wichtig einfach. Oh Gott. Jetzt fast, fast wieder am... Was ist das hier? Ah, das ist dann der Schluss. Moment noch kurz. Dort in der Mitte ist noch ein grosser schwarzer Fleck. Aber das sollte eigentlich... Moment noch kurz. Nein. Ich glaube, dort ist nichts mehr. Okay. Dann lasst uns aufwachen. Gefängnis-Halbtraum. Ach, was ist? Oh! Kopf hoch, Engländer. Wir bringen ihn zur Festung. So, mach mal auf. Blacky, willkommen zurück. Schön bist du schon so vorbei. Wow, geht das noch grösser? Wenn der mich jetzt hier an... Shit, ist sehr gross. Ist richtig? Ja. Wieder runter durchsliden. Wo? Wow! Was? Ja, und hier hast du jetzt das gesehen? Äh, Junge, schön, Beifuss. Äh, was ist das jetzt für eine Musik? Kommt der hoch oder so? Wow! Oh, Scheisse, der macht die Sachen kaputt. Wir haben gemischt, da nicht rein. Oh, Shit. Geh weg! Ah, da oben. Mach, mach, mach. Oh, was ist das? Nein, 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 nein. Wo bist du? Da 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 da. Bevor sie Verstärkung rufen, okay. Machen wir doch... Cool, immer mit der Vorratskammer hier. Da unten. Der hört doch, wenn ich jetzt runtergehe. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bevor du das noch zu weit weg gehst. Wo? Nee, das hört sich jetzt eigentlich nicht. Besteh nicht, ein Trupp ist unterwegs, Kommandant. Hä? Warum komme ich da nicht rüber? Dann bin ich jetzt da runtergekommen. Hi, Shooter! Willst du wohl ein bisschen schneller schwimmen? Komm ich da wieder hoch? Hey Junge. Lasst's doch mal gut sein. So. Fast wie im Altraum. Oh, Hund, Hund, Hund. Unten irgendwo. Oh, Shit. Oh, Shit. Okay. Demnach ein bisschen schneller. Damit... So. Und jetzt der andere ist dort irgendwo. Irgendwo. Vorhin hat's Alarm gegeben, weil's... Ah, deshalb. Ist da... Nee, da ist niemand. Psst. Schön, leise. Komm, nehmen Sie aber dann auf. Komm, nehmen Sie aber dann auf. Genau wie mein Follower-Alarm. Genau wie mein Follower-Alarm. Oh. Nee. Nicht den, den du schon kennst. Aber da kommt ja Headshot drin vor. Ah, Mensch Mensch Mensch. So. Jetzt aber... Sind ein bisschen weit weg, die... Aber ich getraue mich nicht noch weiter vorne zu gehen. Und der, der Alarm schlägt, ist dort irgendwo. So. Alarm ist nie gut. Ich muss den unbedingt ausschalten. Was, Granate? Nee. Wooh. Das hat jetzt gerade geübt. Der Kopf. Oh. Da oben ist er irgendwo. So. Fertig mit Alarm. Uh. Kampfpistole. Nee. Knapp. Äh. Morgen. Ähm. Morgen machen wir eine Runde Zombie-Army. Morgen machen wir eine Runde Zombie-Army. Trilogy. Nee. Äh. Dass das so spät speichert. Äh. Und circa... Ich weiss nicht. Moment. Sie... Sieben. Moment. Bis halb sieben hab ich, äh, Tanzen. Und circa... Und dann... Und dann... Und dann... Geh ich noch kurz hause... Nach hause... Naah... Mach nicht allein, bitte. Vorsicht! Warte! Und? Ah, Mensch! Ist dein Ernst? Okay, lass mich kurz töten. Was tanzt du denn so? Ähm. Eigentlich alle Tänze. Ähm. Standard Latin. Hip-Hop. Street. Modern Jazz. Ähm. Eigentlich alles. Was? Ist ein Fortsichtiger. hier ist... Bescheid. Das ist es nicht echt. Da ist das? Hallo and Did? sondern... Attacat. Drei schad rearr把. Das Schaff ist ja noch unbemerkt. Ich will dich mal... Ja, davon habe ich leider kein Video. Oh oh, Monster Polo, willkommen! Oh shit! Geben die Hunde auch Alarm. Okay. So und du bist fertig. Ja, aber wie genau? Na, ich probiere es einfach. Schön leise. Ich komme dieser Sache näher. Jetzt wäre cool wie in anderen Spielen so das Scan Funktion. Da muss ich dann weiter... Aber... Wir gehen jetzt mal da lang. Woowowowowowowowow. Das war jetzt knapp. Schöne, leise. Wenn mich jetzt noch jemand überrascht, dann habe ich... Nein, das schaffe ich. Das schaffe ich. Wow, okay. Ziemlich hin und her. Mal kurz alles schön auffrischen. Ich höre schon wieder einen. So, und jetzt noch der Letzte, hoffe ich. Ja, den killen wir. Und... Bäm! Und weg mit ihr! So. Was musst du hier machen? Strom an. Hallo? Gold. Was soll jetzt die Musik? Nee. Ich dachte schon, ich hätte es geschafft. Wer hat jetzt Alarm ausgelöst? Gibt's ja nicht. So. Jungs, Jungs, Jungs. Wir können doch drüber reden. Boah, ho, 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 whoa, Jungs. Ah shit Hey Romero Hippo Battle Zuschauen ja Kannst du auch tanzen? Ja Hey Red Bull Schön schau es so wieder vorbei Wie gehts sie so? Okay Uh Uh Oh, okay. Nein, 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 lad nach, lad nach! Was wirst du denn sagen? Hast du wohl Angst, dass ich dich backbattle? Ein Hase, das wäre doch cool. Hase, das machen wir mal in so ein richtiges Hip-Hop-Battle, Hase gegen Jumping Flame. Achso, deine Fragen? Ja, ich kann Dubstep tanzen. Cool, genial. Dubstep finde ich cool. Und wenn du das jetzt als Spass meinst, Dubstep gibt es ja Tänze. Und das sieht auch richtig cool aus. Okay. Haben wir die Bedrohung niedergeschmettert? Boah, aber das müsste ich filmen, das will ich sehen. Und? Endsoft, Repul, so cool. Mensch, geht das jetzt hier ab? Drohne gleich Gleich vor meiner Nase Komm schon, komm schon Ah shit Ich weiss, nein, das ist kein Spass, okay Ich kann klatschen Das ist geil, Alex Irgendwie selbst beigebracht Cupidon Willkommen Noch nicht, übe es aber noch So, bemannen Nichts Wenn wir hier ein bisschen mehr Schuss haben als Es muss Leute geben, die klatschen können und es gibt Leute, die können es nicht einarmigen Das stimmt, ja Gut, dass ich talentfrei bin Das glaube ich dir nicht Ich sage immer, alle Frauen können tanzen Es muss nur der Mann fühlen können So geht das schon besser Klar kann ich gewinnen Ich zeige dir jetzt mal, wie das geht Ich weiss nicht, wie das bei euch aussieht Aber sicher, wenn das die Kleinen hier so schiessen Seht ich fast nichts, glaube ich, oder? Da wäre jetzt wirklich eine harte Übertragung ohne Verpixelung Sofa Wenn das Switch noch in den Griff kriegt Dann bin ich happy Tischtennis, siehst du Das ist doch cool Ich könnte mich als Führer anbieten Das kann man jetzt auch bis verstehen Wenn wir gerade bei diesem Spiel sind hier Ja klar, das wäre doch cool Oh nein Mein Schiff Auch diese Gimmicks sind so cool Die Rate Ah ja genau, du bist ja Fussballspieler Du hast es ja mal geschrieben Du hast ja auch ein Match gehabt